Durch Oberleitungen an Bahnhöfen oder andere überirdische Stromleitungen fließt immer Strom. Und zwar richtig viel Strom. In solchen Starkstromleitungen ist auch die elektrische Spannung sehr hoch. Für Menschen ist es deshalb sehr gefährlich, solchen Leitungen zu nahe zu kommen. Wenn ein Mensch zu nah an so eine Leitung kommt, kann er schwer verletzt werden oder sogar sterben. Das kann sogar passieren, wenn er die Leitung gar nicht berührt. Denn der Strom aus solchen Leitungen kann auch bei Abstand in einem Lichtbogen auf den Körper überspringen. Aber nur dann, wenn der Körper in irgendeiner Weise mit dem Boden verbunden ist. Das ist bei kleinen Vögeln anders. Denn ein Vogel hat keine Verbindung zur Erde. Der Strom fließt einfach weiter durch die Leitung, auch wenn ein Vogel drauf sitzt. Auf Hochspannungsleitungen sitzen Vögel aber trotzdem nicht so gern. Denn Vögel haben einen guten Instinkt. Sie spüren über ihr Federkleid die elektrische Spannung. Und sie wissen wohl instinktiv, dass Starkstromleitungen sehr warm werden können. Deshalb wählen sie sich zum Draufsitzen eher Kabel mit weniger Stromspannung aus. Aber Sie müssen die jetzt mal aufbauen. Und hier werden sie sich zum Draufsitzen eher Kabel mit weniger Stromspannung aus.